Wo ist er denn? Gerhard? Gerhard? Wo ist er denn schon wieder? Gerhard! Gerhard! Ach, die Weihnachtsrede. Hey du, holst du heuer die Weihnachtsrede? Was, ich? Nein, mach du das halt. Nein, 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 das macht wie immer der Gerhard. Wo ist der Gerhard? Wo? Wo? Eins, zwei, eins, zwei, auf geht's zum Gerhard seiner Weihnachtsrede. Da, da, da ist er, die Rede, die Rede, es geht los, es geht los, es geht los. Oh, es ist so weit, der Gerhard ist da. Ja, ja, ich bin schon da, bin schon da. Boah, war das heuer ein verrücktes Jahr. Man kann ja nicht überall sein. Deswegen wurde ich heuer so viel gesucht. Wir haben wahnsinnig viel Neues begonnen. Und für mich war es ein erfolgreiches, spannendes, tolles Jahr. Und das verdanke ich euch, meinen Freunden, Geschäftsfreunden, Partnern, Geschäftspartnern. Vielen Dank für alles. Ein schönes, neues Jahr. Ich freue mich auf viele neue, tolle Projekte 2015. Wir sehen uns. Alles Liebe. Grüezi. Grüezi. Alles mal. Da kommen Sie. Sie wollen eigentlich zu Gelig machen. Oh, hallo. Das ist für mich das Bande. Nein. 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 Nein.